Stefan Trittner hat Visionen für ein lebenswertes Otterkring im Jahre 2050, für die es sich lohnt, jetzt gemeinsam engagiert zu arbeiten. Stefan Trittner begeistert auch junge Menschen wieder für die Politik, was mich als ehemaligen Bezirksobmann der jungen ÖVP Otterkring natürlich besonders sehr freut. Der Stefan kann nicht nur am Abendgas gehen, beim Fortgehen, sondern auch dann, wenn es darum geht, sich für die Otterkringer und Otterkringerinnen einzusetzen. Ich bin deswegen für Stefan Trittner, da ich ihn als jungen, dynamischen Menschen kennengelernt habe, der auch sein Wort hält. Auch im Bezirksparlament ist er im Einsatz für unsere Werte. Stefan setzt sich für die Anliegen aller Menschen in Otterkring ein, vom Brunnenviertel bis zum Wilhelminenberg. Seit mehr als fünf Jahren ist Stefan in und für Otterkring im Einsatz. Stefan engagiert sich für mehr Bürgerbeteiligung und ist laufend im Kontakt mit Bürgerinitiativen. Es freut mich, dass der Stefan heute als jüngster Bezirksparteiobmann kandidiert, direkt aus der JVP kommen. Ich darf dir herzlich gratulieren, dass du dazu in Frage kommst, dass du designiert wurdest und wünsche dir viel Erfolg für deine Wahl. Ich bin sehr stolz darauf, dass es gelungen ist, in den vergangenen Jahren innerhalb der ÖVP Otterkring ein so junges, dynamisches Team wachsen zu lassen. Und ich freue mich ganz besonders, dass unser Stefan Trittner sich bereit erklärt hat, die Verantwortung an der Spitze der ÖVP Otterkring zu übernehmen. Mit seinem Engagement und seiner Dynamik, mit seiner Kompetenz und mit seiner Freude und mit seiner herzlichen, menschlichen Art wird er in Otterkring in unserem Bezirk sehr, sehr viele überzeugen und begeistern können. Und auch das weiß ich, ordentlich umrühren. Und ich wünsche ihm dazu, ich wünsche dir, Stefan, ganz, ganz viel Freude und Spaß an der Arbeit. Viel, viel Erfolg und auch viel Unterstützung. Meine Unterstützung, das weißt du, die hattest du immer und die wirst du auch immer haben. Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute. Mit dem Stefan ist jetzt nach der Astrid, die diesen Geist toll geprägt hat, jetzt ein Nachfolger da, von dem ich weiß, dass er seine jugendliche Dynamik, aber auch schon seine große Kompetenz für die ÖVP Otterkring, aber damit er auch für die Wiener ÖVP mit einem tollen Engagement einsetzen wird. Lieber Stefan, wir kennen uns jetzt schon länger. Ich habe dich immer erleben dürfen als einen sehr aktiven Bezirksobmann der jungen ÖVP. Wir haben einiges gemeinsam erreicht, wenn ich an die Nachtubahn zum Beispiel denke, haben auch viele lustige Abende gemeinsam erlebt und ich freue mich, wenn du jetzt die Bezirkspartei übernehmen darfst und darf dir auf deinem Weg alles, alles Gute wünschen. Ich freue mich sehr, dass mit Stefan Trittner, einer der jungen, engagierten Löwen, das Zepter in Otterkring in die Hand nimmt mit heutigen Tag. Und ich wünsche ihm für die große Herausforderung alles, alles Gute. Und ich wünsche mir.